hallo und herzlich willkommen zu einer mod vorstellung ja es geht um meinen mod ingus vegetation ja nun wird sich der ein oder andere schon fragen warum nun noch mehr vegetation da gab es ja schon genügend also nicht nur das im spiel einigen bei ist an boden texturen die man so aufpinseln kann gerade hier im nep in diesem großen umfangreichen mod da sind ja auch wunderbare boden texturen bei und der mario tata der hat ja auch genügend schöne gemacht die ich auch sehr gerne benutzen allerdings ging es dabei eigentlich um eine tropische karte wollte ich unbedingt so ein bisschen feldtexturen für meine tropische karte basteln und ein bisschen zeug soll man da halt so braucht ja nun sind wir ja hier nicht von der tropischen karte wie man ja unschwer erkennen kann denn irgendwie hat sich herausgestellt und das überhaupt ja nicht so schwierig ist ja man auch eigentlich nur eine textur von der vernünftigen pflanze und schmuck die guck hat man so eine bodentextur gebastelt aus dem grund sind auch einige sachen entstanden die denn doch noch vielleicht zusätzlich der ein oder andere brauchen könnte und das hier auf so einer ganz normalen gemäßigten karte benutzen kann vielleicht sehr trocken im klima muss man schauen ja sind ein paar sachen bei die kann man da schon neben mal schauen und hier sehen wir ja schon mal so eine blumenwiese gut gab es auch schon mal diesen bisschen flacher gehalten bisschen einfacher schöne viele verschiedene blümchen im vordergrund hier zu sehen rechts so bisschen bald ja das ist so für waldrand begrünung gedacht und auch diese roten pflänzchen wir können hier noch ein bisschen drehen ja die das ist so heißt das zeug eigentlich ruten hürse ist das weit ich mich erinnern kann kann man auch schön in so eine wiese noch mit rein pflanzen ich denke mal grundsätzlich sind alle diese ganzen geschichten die ich hier so gemacht habe eher so ein bisschen ausdekorieren gedacht außer daher die feldgeschichten da kommen wir später zu gestoppt und nachher natürlich mal auf meine komische karte rüber ja hier ist ein bisschen flieger zeugs noch bei und so wir schauen uns das mal ins detail an aus meinem kamera modus austappen und wir befinden uns hier auf meiner open range karte und hier vorne haben wir gleich mal so eine andere kleine szenerie noch ein kleiner tümpel auch die unterwasser begrünung hier es grundsätzlich war der gedanke eigentlich eher so im meer auf der tropischen karte es ist auch eigentlich so ein bisschen seetang oder so ja aber da ja viele tümpel die bei uns auch schönes klare wasser haben und sehr begrünt sind ist das auch eine wunderbare idee die sind auch sehr groß die geschichten im unterwasser denn hier so ein trockener schilfgürtel wie man hier so sieht auch eine wunderbare idee ist auch noch entstanden kann man sicherlich auf einer trockene karte nehmen kann man auf eine tropische karte nehmen aber auch hier gerade im gemäßigten klima ist das ja auch nicht so schlecht was haben wir da noch hier haben wir noch fahne wenn man hier ganz vorne sieht hat mir auch so ein bisschen gefehlt gab es ja als eigentliche 3d pflanze schon mal aber so zum aufpinseln hier war eine schöne idee die können ja mal die immer am rand hier auch mal so hinmalen kann man ja mal machen findet man die gleich man findet sie natürlich über die maltools wer da die übersicht verliert kann hier natürlich einfach mal zum beispiel ingo eingeben und dann sind natürlich alle die von mir jetzt hier ja und da haben wir zum beispiel fahren wie ich schon gesagt bietet sich natürlich super an an so einem waldrand wenn man die die schifftaste gedrückt hält und man malt hier so rum ist es ja so wie halt in den einigen wäldern hier bei uns so ist dass man so eine grünung hat mit fahne wir haben hier die ruten hürse wo ich dann eher sagen würde ja die sollte man vielleicht so ein bisschen vereinzelt aber wir machen mal so ein röpfchen hier vereinzelt dazwischen pflanzen der boden darunter ist eher trocken gehalten aber was haben wir denn noch geschöpfert bei ihm hier gezeigt hatten kann man immerhin malen die kornblumen kommen noch später zu machen erst mal dass wir schon gesehen haben natürlich die blumenwiese wie wir eben hier erkannt haben ja und der waldrand auch so bietet sich natürlich ganz in die mitte packen dafür ist eigentlich nicht so gedacht aber eigentlich so hier hinten wenn man so ein baum hat ideen muss man natürlich die schriftraste wieder drückt halten dass er da unten die bottext oder malen wenn man da so ein drumherum ermalt dann schauen wir uns mal mit dem kameratool die ganze geschichte noch mal an dann sieht man wofür das eigentlich eigentlich ist ja also man kann hier eine wunderschöne begrünung machen die sind so ein paar blümchen dabei mit schülf ist halt wie gesagt eher trocken erhalten die blumenwiese einfach aber schön die ruten hürse und hier auch noch mal erfahren gerade wenn man den schatten berechner hinten macht ist eine wunderschöne sache bin ich zumindest kann man gerade so in dunklen wäldern gut verwerten ein paar sachen habe ich noch für die gemäßigten bereiche das ist jetzt hier vielleicht eine sache die nicht unbedingt nur für gemäßigte schichten ist denn das handelt sich um reis haben wir ja schon viele unter anderem habe ich ja selber auch auf dieser karte mal versucht ein reisfeld zu machen und diese reihen hier die hatte ich ursprünglich aus maispflanzen gemacht und dessen weil man ja nicht viele andere texturen hat als möglichkeit hier ist natürlich so ein bisschen unter wasser gemacht aber auch da habe ich mir eine reis pflanze einfallen lassen und die eingegangen so übel aussieht also ist halt richtig reis wenn man ein bisschen näher an vielleicht mit so erntereif man kann ich mal sagen ja hier schön ach so und vorten sieht man auch noch mal noch eine andere geschichte kann man irgendwo verwerten müssen nämlich zyperngras kann an so einer ecke passt auch ganz gut aber kann man auf tropischen graden sicherlich nehmen wir können ja mal die reistextur ist natürlich auch nicht nur so ins wasser zu pflanzen sondern können irgendwo hinpacken ich glaube bei reis wird wahrscheinlich eher sinn machen die auf einer relativ geraden fläche zu pflanzen ja hier können auch hier reis mal suchen dann haben wir ja nur die dann nehmen wir den mal texturieren die man hier so hin und schauen kameratool das sind wirklich reis büschel pflanzen mit allem was man dazu braucht mit den körnchen dran interessante dabei ist vielleicht wenn man es mit bestimmten lichtverhältnissen schwierige betrachtet ist natürlich eine glänzende wassertextur darunter sieht man jetzt die ganzen pflanzen nicht wirklich aber in bestimmten lichtverhältnissen ist da wie gesagt so ein bisschen glanz unter diesem boden zu erkennen komisch und natürlich bei dem licht auf der tropischen gerade noch mal probieren und was sich dafür auch ganz gut anbietet wenn man mal hier die reihen sieht habe ich mal meinen pinsel den ich mir selber gebastelt habe für so plantagen deswegen hatte ich den mal ganz schlecht plantagen insel genannt hier diesen mod mit zugelegt haben haben die ihn vielleicht schon ist kein problem könnte doppelt dort haben oder den anderen einfach löschen gibt da keine probleme mit und wir können meinetwegen jetzt mal noch mal den reißen nehmen und hier an der seite sieht man ja den pinsel in so reihen stellen wichtig hierbei die größe sollte so ab 5 60 70 meter stelle ich auf 77 meter ein und dann sollte man dazu in diese rotation drehen wie man es ja hätte so und dann kann man hier ruhig halten beruf drücken fertig ja also relativ simple geschichte und schon hat man solche da kann man mit allen pflanzen machen solche reihen parallel liegende funktioniert wie gesagt bei allen hat man so benötigt nicht ach jetzt weiß ich auch warum hier kein glanz ist es ist nämlich diese problematik des nep ist interessanterweise dass die bodentextur nicht spiegelt ja ok die leute die nepp benutzen ich glaube ich hatte schon mal drüber gelesen dass die bodentexturen keinen glanz mit sich bringen hier ist eigentlich eine glänzende wassertextur so ein bisschen dazwischen die würde sich so ein bisschen so hinragen das schneide ich nachher noch mal ein bisschen zusammen probieren wenn wir uns das nochmal angucken ja auf jeden fall geht dieser pinsel auch mit pflanzen und bäumen also in den richtigen bäumen nicht nur diese textur und die gibt es auch als einzelnen striche nochmal was man auch mal irgendwo so eine einzelne linie mit irgendwie da dahin pflanzen kann so was haben wir dann noch gehen wir mal hier zu bauer auswald da ist dann mal so eine wunderschöne artwirkung entstanden und ja hier sieht man auch wieder noch ein paar neue pflänzchen hier haben wir das kamera tool ran zum einen flieder aber nun ist das ja so es sind halt 2d texturen sollte man nicht vergessen also texturen die auf einer plane auf so einer fläche und oben werden und die dann mehrfach so ineinander gestellt werden deswegen ist es nicht immer so einfach da eine vernünftige pflanze daraus zu kriegen also wie gesagt man kann eine menge mit machen hier sind die kornblumen und eine trockene wiese kann man hier auch als straßenrand so nehmen dafür passt es gut oder halt der fieler hier sieht man so ein bisschen die planes wie sie so liegen aber da muss jeder servicen besser ist mit den texturen nicht hinbekommen oder man muss wirklich in 3d bäumchen bauen aber natürlich noch mehr performance kosten würde ja was haben wir hier neben noch war bauer auswald der braucht gar nicht mehr eine zigarre also hat er sich ja hier so eine reihe tabak oder unter dem blätter sind schon erntereif hingepflanzt ne also der tabak ist sicherlich auch für eine tropische karte gedacht aber warum nicht kann man ja mal hier machen ja war so ein gedanke kornblumen kann es auch noch mal im mod zeigen direkt hier und haben hier vorn kornblumen ich denke eher so um sie einzeln vielleicht hinzustellen oder auch dazwischen nehmen wir mal hier an unserem feldrand denke ich mal sehr gut kann man einfach mal noch ein bisschen feiner wahrscheinlich einstellen und einfach mal oder mit schrift auch direkt an die flasenrand zum feiner so wie detail bei seinem feld ist und kornblumen sind immer ein schöner hingucker ist doch wunderbar wenn man das so sieht da gibt es ja nichts wirklich wahr und passend dazu hat ja am straßenrand immer sehr trocken ist aber immer noch so eine trockene wiese habe ich den land ist genau hinter der wiese hier trockene wiese könnte man jetzt auch hier am straßenrand hinmal annehmen so ein bisschen kameratool und alles ein bisschen was grün ist auch bei aber im groben handelt sich dabei so trockene gras ein bisschen vereinzelt da kann man noch mit anderen sachen kombinieren denke ich mal aber auch das ist in allen möglichen regionen wo gerade der größte schon gesagt mensch wäre auch heute für meine trockene karte also die trockenen klima sicher dafür ist es bestimmt ganz wunderbar ja was haben wir noch irgendwann war hier noch bei bauer ausweid ach so von hinten aber auch mal ein versuch so eine blumengeschichte hier noch mit einzufügen nämlich tulpen ja die wir schon fleißig erntet und im hintergrund gerade sind so baumrosen können wir ja auch noch mal per hand hier mal schnell hin pflanzen nur zu gucken eigentlich immer findet man schneller man kommt ja sonst mit den ganzen etwas durcheinander altkant hat man schon angeguckt hier ist die baumrose stark aber ganz klein das ist nicht mal hier so in den rand haben wir noch die tulpen tulpen könnte man natürlich auch wenn man dementsprechend untergrund erstmal meinetwegen mit so einer erde braun macht dennoch wieder mit plantagenpinseln machen wenn man den schön groß nimmt gucken wir mal starkes quatsch die sollte man immer hundertprozentig lassen drehen wollte ich so ein stück bin ja mal hier mit diesem bisschen drauf da kann man so ein bisschen breiter machen schauen wir uns das mal an und schon hat man so ein wunderbares tulpenfältchen mit verschiedenen reihen wenn man es schön ausdekoriert ich denke kann man sicherlich auch hier sind als 2d textur ist man es ja wie die sich hier so bisschen schräg stellen manchmal sieht es dadurch ein bisschen komisch aus weil es auch eine sehr dichte textur ist aber es funktioniert und ist meiner meinung nach ganz ordentlich bauern so die baumrose gucken wir uns auch noch mal an hier beim bauern ärgerlich dass du mal die pläte hast du hier weg schrubst die ist hier so ein blümchen die mehr oder weniger auf so einem busch sind also so eine buschrose kann man ja auch mal im internet gesucht und dann nennt man das wohl baumrose ist auch mal ein schöner farbton den man hier benutzen kann also schön gestaltet damit sind wir ja eigentlich schon mit der mit den ich will mal sagen die sachen die auf der mäßigten karte sich befinden durch mal schauen was wir da noch so hatten tulpen den flieder haben wir ja gesehen wie gesagt er ist vielleicht nicht wenn man so ganz nah an ihn ganz schön geworden aber er ist halt schön farblich und man kann natürlich wunderbar auch so benutzen hinter so einer mauer oder so probiert euch selber aus ich finde doch ganz schön unten ist halt etwas trockenen kommen die grünen blättchen und oben halt eine schöne kräftige fliederfarbenen fliederfarbenen flieder so ich schwuppen war jetzt mal rüber auf meine tropische karte islas paradies und da sind auch schon ein paar felder die hat mir netterweise meine frau bastelt entstanden so schauen wir mal ja da sind wir schon angekommen es sieht doch schon mal wunderbar aus hier ist ein baumwollfeld eine baumwollplantage naja auch wieder mit dem plantagenpinsel gemalt wunderbar in szene gesetzt von meiner lieben frau die hier so ein paar leutchen noch hingestellt hat und ganz so schön über diese mühle gezogen hat aber ein bisschen dekoriert hier mit ein paar sachen also auch hier muss man ganz klar sagen wir können ja ein bisschen näher an was die baumwollpflanzen eigentlich ganz ordentlich geworden sind aber auch hier sind es halt man muss halt darauf achten in welche richtung man schaut weil es halt doch 2d texturen sind die so nach oben gestellt werden aber ich denke es sieht schon aus wie reife baumwolle und man kann da wirklich eine wunderbare szenerie mitstellen wir gucken mal weiter bei den europäischen geschichten die sind das ein bisschen sortiert super haben wir uns ja auch schon angeschaut aloe vera muss ich mich jetzt selber ein bisschen orientieren wo meine frau hier diese felder hin gemalt hat ich sehe hier hinten herzen ja wunderbar da sehen wir aloe vera war also so eine dickblättrige fast schon wie ein kaktus so eine art denke mal wunderbar ins trockene klima passen aber wir können ja mal hier ein bisschen also sieht so aus wenn man sie so malt super haben wir hier noch mal was wunderbar hier in diese gegend und hier noch mal schön in reihe gesetzt mit dem plantagen pinsel wirken schon fast ein bisschen dreidimensional also kann man machen um hier auch ein bisschen mal unterschiedliche felder zu erstellen ja immer weiter hier drüben haben wir nämlich man erkennen kann ganz schwach wieder den tabak die tabakblätter wie man sie erkennen kann verschiedenen reife status oben leicht vertrocknete blüte dran habe ich da so ein bisschen an aufnahmen orientiert die im internet so gefunden habe ein bisschen selber umgefärbt die ganze geschichte dass die sachen unten schon trocken aussehen die bodentextur ist hier auch gleich so als dreck gewählt und wie gesagt kann man sicherlich als komplettes feld schön pflanzen aber auch in diesen reihen also denke ich mal ganz ordentlich geeignet könnt ihr mal eine fläche irgendwo mal hin positionieren tabak hin machen kann man auch direkt die gesamte fläche schön mit pinseln wenn man sich dann die arbeit nicht machen wir mit diesen plantagen geschichte hat man halt ein wunderbarer tabak fällt komplett wie die höhe so weiter jetzt gleich hier nehmen mit kaffeepflanzen ein bisschen schwierige wesen man sieht ja wenn man es von oben so sieht man erkennt man ja wie so eine textur aufgebaut ist man hat so kreuz dich quer die flächen die die grafik sozusagen auch gemäppt ist auch hier wenn man ein bisschen so aus Distanz betrachtet kann man kann man machen hat man hier so kaffee dran schon zum arnden und wenn man die ganze schichte schöne zähne sitzt so wie das hier jetzt hier macht wurde dann ist das schon eine ganz wunderbare feine sache so was haben wir denn noch für die tropischen bereich so ein paar sachen hat ich mir noch ausgedacht an also unterholz würde ich jetzt fast sagen so bietet bei den mäßigen jetzt der waldrand war so habe ich hier so eine also etwas größeren palmen hier macht gepinselt bastelt und hier auch so eine art tropische wiese die ist hier in zwei varianten vorhanden immer so ein bisschen grünlicher und hier hier mehr so ein bisschen trockener ja und wie gesagt hier sieht man so ein bisschen die geschichten wie man so als unterholz machen kann hier so einzeln gestellt sind so ein bisschen naja ein bisschen fahrt weil sie so ein bisschen platt aussehen wenn man die ganze geschichte aber mal in den wald macht können wir machen wo haben wir sie denn suchen hier kaffee hatten wir tabak hatten wir europischer dschungel habe ich das mal genannt nehmen wir mal als lufa hier vielleicht so ich sehe schon so ein paar davon oder hier drüben einfach mal alles separiert und mann hier so um hat man hier so ein richtig kräftigen unterdschungel dafür sollte die näher hier ja eigentlich sein um hier so ein bisschen wirklich ein tiefes tropischen dschungel zu generieren und die wiesen ja muss man halt schauen kann man halt auch ja auch als rand so als randbegrünung nehmen in zwei verschiedenen varianten überall blümchen und hier sieht man auch schön den hintergrund also kann man doch schon mal als dschungel bezeichnen und ich denke wer eine tropische karte spielt hat da bestimmt verwendung für jetzt muss ich mal schauen ob ich noch etwas vergessen hatte wir hatten natürlich die unterwassergeschichte können wir uns ja auch nochmal angucken die war ursprünglich auch für so eine karten hier gedacht das war hier zum beispiel relativ einfach stärker vielleicht diese geschichten hier hochmalt und dann so eine art unterwasser gras unterwasser allen zur verfügung hat wenn man es noch ein bisschen mit einer anderen textur unter malt dann sieht es noch ein bisschen schöner aus muss man halt probieren fand ich aber auch eine tolle idee ich hatte damals immer dunkle gras auch so ein bisschen ins wasser gemalt sieht man ja hier bei meiner karte überall hier ist ja das ist ja meine islasparaisokarte hier können wir mal schauen hier sieht man das und ist ja doch sehr flach und diese pflänzchen sind jetzt doch letztendlich etwas ja unterwasserpflanzen sind jetzt etwas grober immer etwas höher und von daher denken ist es auf wer sich da die mühe macht und so benutzt das ist eine schöne sache eine sache können wir hier noch probieren ich habe natürlich im tropischen bereich jetzt nicht den NEP eingeschalten hatte mir jetzt auch schon ein paar einstellungen gebastelt die funktionieren aber hatten wir hier noch nicht aktiviert mal gucken wie jetzt mit dem kreisaussicht der hier fähig gedacht war da ist ja die reißpflanzung mal über eine ecke haben wir dann hier irgendwo was platz natürlich nicht okay und dann suchen wir uns halt zentral und welt was vielleicht schon mal da ist und können wir mal wieder unser pinsel hier nehmen eine schöne große reinbreite starke natürlich hoch gemacht malen wir das mal hier so einfach hin so ja jetzt sieht man ja schon okay wie gesagt man sollte den reiß vielleicht auf einer geradenfläche machen weil wasser wird nicht so über den öl hängen aber man sieht hier da ist eine glanztextur hinterlegt eine wassertextur wenn man es gerade und clever anstellt wir können ja die ganze geschichte auch noch richtig flachen bereiche dann hat man hier nämlich ein sozusagen überflutet reißfeld warum der glanz bei dem NEP nicht mehr da ist das kann man mal rauskriegen aber hier sieht man mal die damit meinte so und dann sind wir ja eigentlich schon durch mit diesem wunderbaren mod ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß hat ein bisschen was mitgenommen vielleicht könnt ihr gerade auf so einer karte hier verwerten und viel spaß damit bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020